Man hat das Ding gespeichert, lass das mal. Oder? Also wir haben schon zwei Meteor-Teile. Ja. Das hat schon richtig gespeichert. Flamelip plus 2, das ist doch eines der letzten Sachen, die wir gemacht haben, oder nicht? Mhm. Aber es reicht schon, ob die Spielzeit passt irgendwie nicht. Vielleicht zählt dann nur die Spielzeit und keine Pausen-Menüs und Sequenzen und sonstiges. Das kann sein. Ich kann nichts machen. Gut, ähm. Man läuft gerade dabei, hier hinzugehen, oder? Wir wollen zu 3. Ja, dann müssen wir runter. Ja, aber das ist genetisch, das gibt's unten nicht. Da kommt halt andere Sektionen, also irgendwie da oben müssen wir rein, da ist irgendwo das Aquarium. Da warst schon richtig, wo du hin willst. Ja, ne? Mhm. Ich bin auch noch ganz links. Und hier hinlang gehen. Haben wir auch noch Stuff. Ja, dann lass das machen. Mir auch egal. Wir können dir die extra Spritze holen. Ja. 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 Lass mal schauen. Nö. Ja. Das machen wir uns. Okay, aber was ist das Gebiet, ne? Das liegt mir natürlich. Die Region, ja. Das hat Gebiet. Noch eins hatten wir nicht in dieser Region. Nö. Ja. Das haben wir nur pro Region. Nur nur Kiste und das Ding ist es. Der darf noch. Noch Rücken hier liegt mir in den Augen. Da war mir doch jetzt rein. Ah, da darf sie Elisa. Warte, ich mich. Ey. Ich habe das nicht gelesen oder so. Warum skippst du den ganzen Text? Jetzt weiß ich nicht so. Du bist so reingekommen, was sie gesagt hat sie nicht gesagt. Ich hab's nicht lesen können. Hast du gerade vorgelesen? Ich hab' ich gesagt! Ein Wort! Hey, ich dachte, du bist zu lange Bennett. Oh! Okay, also das ist eigentlich legit was sie macht dann. Oh, ich hab's nicht verloren. Oh, wow. Na, doch, wenn ich. Da halten wir doch lieber nur drei Leute am Leben, oder? Mhm. Ich glaub, so ne Disposten ist gar nicht schlecht für mich mal. 600 Bolzen! Das ist das erste Mal, wo wir runtergegangen sind schon. Hier links konnten wir ja nicht weiter, weil ja nur leer das Meer war. Es musste aber direkt hier oben drüber sein quasi. Nö, ganz viel nichts. Warte. Machst du was, was probieren? Ich hab' wirklich, ob mir runterfällt, was passiert. Ja, wahrscheinlich dieses Terminal aktiviert, hier unten. Und geh' weg von mir, ich will buddeln. Wenn ich nicht buddeln, weil du auf dem Ding glaub ich stehst. Ja. Jetzt hast du doch nicht wieder angesprochen. Ja. Und schneiden und stellen. So. Kann man drinnen mal... Das los? Hier irgendwo soll doch ein Rund noch sein, oder? Na ja, ist ein bisschen weitergekommen. Ich will nicht, ich weiß es nicht, ich erinnere mich nicht mehr. Aber wir müssen halt diesen anderen Weg da finden. Können wir mal gucken, ob wir da nach oben kommen. Wo? In den nächsten Raum einfach. Gibt's hier? Guck, da ist nach oben. Wo ist das da? Ja. Ja. Guck's hier sind. Ah, da ganz oben rechts. Ah, da ganz oben rechts. Gebiet. Hier sitzt du. Nein, nein, ich glaube, das ist gut. Nein, zurück. Zurück kommst du. Ah, lass dir, der geht auch da drauf. Okay. Alter, Dings. Kannst du mal dazwischen? Kannst du schießen? Nach rechts? Das ist okay. Weiß nicht, was du meinst. Das liegt nach links. Aber wir müssen auch decken. Das ist das Labor, wo wir angefangen haben? Ich glaube, ja. Im Stil her sieht es zumindest so aus. Ich habe gerade einen Craftinger-ZP gefunden. Oh, echt? Ich dachte, der hat eine Eisenbahn rausgenommen. Nein, es war ein Craftinger-ZP. Es könnte sein, dass es viel Eisenbahn war, aber es war ein Craftinger-ZP. Ich kann vielleicht auch noch ein Craftinger-ZP. Ich glaube, wir brauchen den Craftinger-ZP. Ich habe nichts nach oben danach. Dazu habe ich vielleicht gewöhnt. Ich habe keine Schaden genommen. Bei mir nicht gewöhnt ich mich. Alles klar, dass ich nicht Here-ZP wie bei mir habe. Der Hund geht einfach durch die Wand durch. Ah, okay. Aber hier, wir kommen her. Kann ich das machen, oder das und das? Aber da ist ein Gegner. Also waren wir hier bei dem noch nicht, oder? Wir waren links. Aber oben war direkt der Weg, bis es weiter geht schon. Ich suche nur, wo ich den Schalter anhitten kann, dass wir da hoch können. Gar nicht. Da ist kein Schatz in der Richtung. Da kamen wir gerade her. Da ist der Schalter. Warum? Wir wollen die andere Richtung. Da kommen wir gerade her, wo du lang wirst. Von hier oben, da wo die Küste steht, kommen wir her. So, das meinst du? Ja, das ist nur so ein kleiner Raum. Da gibt es sonst keinen Weg hin. Okay, gut. Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich meinte, ich dachte, du bist jetzt weiter links. Ich hätte auch einfach schließen können von hier. Ich hoffe, wir wollen hier durch. Ist auch hier. Ist auch direkt über uns. Achso, das habe ich auch nicht gesehen. Blazing Axe. Okay. Feueraxt. Ich habe zufrieden. Okay. Jetzt können wir gerne hier gehen. Ja. Ja. Hier ist kein Händler. Ne, da ist kein Weg. Da oben ist nicht wie egal. Da oben sind wir vorbei gelaufen. und den oberen. So, sind wir nicht langgegangen, okay. Ist ziemlich teuer bei der. Aus dem 500, ja. Die anderen wollten nur was, 600. War schon zu teuer. Wurde hier jetzt noch was? Ja, Treppe. Mit Charged. So, decken wir mal kurz den Raum hier unten auf. Warum? Wir wollen sowieso in die Richtung gebrocken, also lassen wir hier weitergehen. Einmal look out. Das ist die Sache wieder. Oh. Oh, mit den zwei. Ich glaube schon. Zumindest haben wir gleich einen Terminal. Okay, ich dachte du machst. Ich wollte an die vorbeispringen. Und die Viecher töten zuerst. Schreffen alle Reibig an. Was hat mich da hinten noch oben getroffen? Nein. Ich guckst du die hoffte. Ich bin gestorben. Wieso? Wieso? Wo springe ich denn da ab? Du hast dich auf den scheiß Beyblade gesetzt. Weil du doppelt gedrückt hast. Weil du doppelt gedrückt hast. Und dann bist du gefallen. Weil du nicht gesprungen bist, sondern auf dem Beyblade warst. Wirklich. Wirklich. Darf ich zu weit von mir weggehen nicht? Ich konnte mich nicht mehr sehen und nicht mehr blocken. Aber es ist Rush doch auch in die rein direkt. Klar ist, wenn ich vorankomme. Klar Rush in die rein. Ich bin gestorben, weil du weg bist. Du wirst doch so gestorben. Nein, wär ich nicht. Doch, bevor die Kamera weg war, hast du schon mehr als halbte Leben verloren. Ja, das war okay. Ging sehr gut. Ich hab ja auch den großen, mindestens dreimal gebissen Farrow gestert schon. War einer weg. Okay, beide sind weg. Jetzt haben wir noch den großen. Das sollte kein Problem sein. Das sollte kein Problem sein. Wow. Juf, musst du nur in den Parry hin. Ich hab dich schon 8 mal oder 9 mal hinter der perfekte Welt. Endlich. Ich muss noch mal zurückgehen. Juf, musst du den Parry nehmen. Ah ja, je nachdem. Es kann manchmal 5-6 mal sein. Es muss aber auch perfekt sein jedes mal. Ja, ich hab hier geparriert. 8 mal hintereinander oder so perfekt. Gesehen ist da einer nicht perfekt worden. Da war einer nicht perfekt. Dann hab ich den einfach nicht gesehen. Aber die müssen doch nicht hintereinander perfekt sein, oder? Ich glaub schon. War bei den anderen nicht so. Der Hund will schlafen. Für 3 Stunden. Das ist jetzt nicht gut. Ich hab mir lange gepasst, bitte. Machst du wie wenig zu laufen? 3 Stunden ist viel. Das ist alle 3 Stunden verlieren, ey. Nur weil ich auf dem Pendle. Und das ist auch etwas voller Schäfer geben, ey. Ich weiß nicht mal. Was ist das, was du hast? Ich weiß nicht, was du hast. Mal kurz mal mit dir was drin sind. Schau mal wer jetzt auch die brennende Achse gekippt haben. Keine Ahnung, ob sie das load. da geht es dann da jetzt sind wir jetzt da unten wo wir vorhin hingeworben ah wait 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 bleib mal frustrieren hier ach langsam diese Eisdinger kommen mir noch sehr bekannt vor ja ist hier Hund ich glaube hier ist es passen von sehr gut so wir sind jetzt genau da perfekt genau da wo wir hinbekommen wo vorher hingekommen sind ja ich bin mit dem bereich hier abgewiesen immer ganz gut gefahren Kisten haben mich herausgefordert so ja ich bin mit dem floating auf so ich bin mit dem ich bin mit dem ich bin mit dem ich wollte an Ok, das ist ja weniger als ich dachte, das sah aus als ein Speckle-Fishing-Spot oder sowas. Ich habe mich hier unten alles freigeschaltet. So, das haben wir hier wegfallen. Hier links war doch direkt der Hund, oder? Der Hund war, glaube ich, da. Nein, da nicht da. Das war irgendwo weiter oben. Irgendwo außerhalb der Karte von uns hat gesehen. In dem Geheimraum. Ein Hund hätte ich nämlich gerne gerettet. Wir haben jetzt zwei Hunde dabei. Das Ding, dann war der Hund hier irgendwie? Wir haben ihn irgendwie oben rechts gesehen. Ne, das war noch davor. Vor dem Raum mit dem Terminal war es auf jeden Fall. Das ist so viel, kann man vielleicht noch 1 zu 1 Raum weiter. Interessant. Da kann ich mal hinkommen. Wahrscheinlich geben wir später noch was, wo wir Airtime kriegen. Irgendwie in der Luft dash machen können oder sowas. Garantiert. Deswegen können wir auch diese ganzen anderen, das ist nicht, die wir schon auf dem Karte markiert haben. Und dann gehen wir jetzt direkt? Ne, wir wollen runter und dann nach links, dann hoch, wo wir gucken wo der Hund ist. Das wird alles suchen nach dem Hund. Ja klar, lassen wir nur nach dem Hund suchen. Ich will nicht den Shiba Inu retten. Sorry, Shiba Inu. Nein, dann wieder jetzt. Ich glaube, ich hätte nach oben gewusst. Wenn du sagst. Was? Ich bin auf jeden Fall falsch. Ich könnte irgendwo oben rechts sehen den Hund irgendwann mal. Ach guck mal, ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Ach so. So ein Spalt ist es wieder gewesen. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Warum? Warum machst du sowas? Der Hund hat es irgendwie geschafft darüber zu kommen. Das ist alles besser gemacht, als es sein muss. Das obere auch. Oh ne, das obere ist nicht auch so richtig. Oh wie, der Sprung war nicht. Ja, war sowas dran, ey. Okay, sowas machen wir jetzt nicht. Jetzt wird es gut hier. Hey, look, das muss man einer Dwarfs, 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 was we're talking about. We should take this Dwarf to him. Yeah, let's do it. You must be very worried. This book seems to like you a lot. Well, why don't you give it a name? Hm, wie heißt der? Ach, es gibt's den, es gibt's den für einen... Tauru... Tauru? Was ist Tauru? Okay. Durch deinen Sinne, oder? Eigentlich Tauru ist ein guter Name. Yeah, das ist cute. Und send Capi to the village. Ja, wir wollen den... Ja, genau. Wir wollen den behalten, der ist hübscher. Okay. Du würdest einfach deinen scheiß Schuriken darüber werfen können. Du würdest den ganz schnell sparen können. Dann können wir jetzt da hochgehen. Oh, das ist cool. Oh, das ist cool. Oh, das ist noch diese Wände. Ich glaube, die Wand, die wir nicht freigeschaltet haben. Da ist auch noch eine Wand, die wir nicht freigeschaltet haben. Aber... An sich nicht so wichtig. So, er ist wieder hier hin. Ne, wir müssen hoch. Kommt von dann nirgends mal hin. Natürlich kommen wir da hin. Wollen aber mal zwei da rüber. Also... Das hier wahrscheinlich dann. Fick hat richtig anzuschütten. Wollt ihr auch hoch, um dann eher das obere zuhören. Ich glaube, wir müssen jetzt nach rechts und dann runterkommen. Den haben wir noch rein. Benutzt den auch zu, glaube ich. Doch, dann... Da kommen wir aber nicht hin. Da ist versperrt gewesen. Vielleicht kommen wir jetzt da. Okay. Ich spür's. Ich weiß nicht mehr, was es da versperrt hat. Alter... Guck mal die Tochter an. Fensters bei dir zu? Äh... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. So kurz, ne? Können wir eben... Du scheitest jetzt nicht eh mit. Was ist schon voll cool, wasser ist. Du hast diesen und steckt. Uff. Du hast das. Wie bist du? Du hast das. Oh ja. Ich habe alles fancy. Du hast den, wenn du � Pferde. Also, der Kameras Guck mal die Kriste. So. Du hast dich. Du hast mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020